Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play KSL. Ich wollte schon fast viele Beats sagen. Fütter die Bestie, du hattest es auf den Lippen. Ich habe es gehört. Dabei hast du es noch gar nicht gesagt. Fütter die Bestie ist, sie hat Hunger. Ja, wo ist das hier? Noch gegessen. Pfeile. Pfeile sind Hambulatus. Okay. Warum haben Feder nicht Bullatus? Ist vorbereitet. Ja, ja, ich brauche ja noch, ich müsste ein Fehler nicht so rein theoretisch, so logisch gesehen, auch wohl hat er sagen. Na, also geht doch. Aber Fehler haben wir nicht mehr. Fehler habe ich noch nicht angeschaut. Deswegen 32, wo ich einen halben Stack Federn, äh, ein Viertel Stack Federn. Oh, er ist auch gleich mit drin. Hm. Man macht ein bisschen Luft und Fliegen, äh, ja. 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 Cool. Cool, voll cool. Könntest du mir noch Glas platten und, äh, Slaps nochmal bringen? Ich brauche noch einen Jar. Noch ein Jar? Hm. Was machst du da eigentlich jetzt? Wir wollen die, wie heißt das Ding? Die Rüstung da machen. Dafür brauchst du einen Comparator? Okay. Ja. Äh, 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 und Slaps waren das? Genau, ein Slap und, äh, ein paar paar Glasplanes. Sechs Stück, glaube ich, waren es. Ne, sieben sind es. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß beschaut. Warte. Ich weiß beschaut, ich weiß beschaut, ich weiß beschaut. Achso, den Golem habt ihr da immer noch nicht, gell? Stimmt. Du machst dauernd Dinge? Ja. Aber willst seit den, den letzten, den folgenden Golem noch machen eigentlich? Wollte ich das. Wollte gar nicht. Wollte wohl. Soda, warum machst du eigentlich das Lederding an? Ich hab's an? Ja. Ganz anders aus dem Rechtsklick gemacht hast, wenn du das an der Hand hattest. Oh, fuck. Okay, jetzt weiß ich, wo der Harnisch hin ist. Ja, ich habe den Harnisch gefunden. So, da hat ihn geklaut. Ich hab sechs Jaws für dich. Eins würde mir reichen. Könntest du gleich eins hinstellen? So. Hast du ein Label dabei? Schön. Aber ich. Den habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, ja, gemacht sind sie schon. So, es gibt's gleich wieder. Dankeschön. Ich werde mit Jaws zugekotzt. So, jetzt müsste ich alles haben. Ich lese nochmal kurz vor und du checkst, ob alles da ist. Also, wir brauchen 16 Eater. Warte mal, Eater, 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 Eater. Nochmal Eater. Das rote Männchen. Das ist Bewegung-Ding, ja, genau. 16, ja. 32 Makina. Makina. Die Zahnräder. Ja, wo? Rechte Seite, glaube ich. 42 haben wir. Okay, reicht. Potentia, 32. Ah. Ah. 64 und nochmal 12. Also, reicht. Volatus 32, das habe ich gerade gemacht. Das habe ich genau abgezählt. Das wird genau 32 sein. Ja. Okay, gut. Deine Konstruktion stimmt. 2 Gold, 2 1. Warte, nimm mal, was nimmst du denn? Nimm mal die Gold und die Eisen. Okay. Weil ich kann nicht alles unten in der Leiste haben. Und ich habe den Corporator und die Planks und die Shards. Okay, dann wird jetzt gezaubert. Sprich, ich bleibe hier auf der Seite, du gehst auf die andere Seite. Richtig. Okay, ich drück. Warte, ich, ich nehm den. Warte, ich fliege ein bisschen tiefer. Nicht, dass ich wieder in die Decke komme und da irgendwas gleich Fluxiges ist. Was Fluxiges? Was Fluxiges? War high, oder? Die Instabilität. Ja. Also es wird wahrscheinlich ziemlich... Ich glaube, es ist gleich... Ja, geht schon los. Einmal Gold ist runter. Gold. Gold ist... Oh, Flux. Hä? Du? Weak. Voll in der Mitte. Oh, okay. Aua. Du kriegst Blitze ab. Ach so? Ja, du bist zu nah dran. Habe ich, hatte ich vorher auch. Du könntest ja Blitzerbleiter spielen. Aha. Vielleicht geht's ja nicht auf die Items. Okay, Eta geht jetzt langsam drauf. Soll ich jetzt echt den Blitzerbleiter spielen? Nein. Erst noch was. Okay, der Airshot geht jetzt rein. Die Greatwood. Ja. Greatwood 2. Noch einer. Der Comparator. Sauber. Gut. Gold. Ich glaube, der macht jetzt durch. Ich hoffe es doch. Hoffentlich. Zwei das Gold. Eisen. Ja. Zur Not bin ich aber auf Anschlag. Du it. Du it. Du it. Du it. Den hab sogar ich noch abgekriegt. Sauber. Alter, was hab ich denn da? Was zum Teufel? Ich glaube, das wird nicht richtig angezeigt. Was hast du denn da auf dem Kopf? Ich glaube, ich mach euch mal wieder zum Menschen. Ich glaube, dann sieht man es besser. Ja. So gehört es. Das sieht aus wie eine Schraubzwinge. Alter. Das sieht echt aus wie eine Schraubzwinge. Das sieht echt aus wie eine Schraubzwinge. Das sieht schon sexy aus. Kann man daran drehen, da hinten dran? Nee, geht nicht. Das sieht schon sexy aus, gell? Er braucht das ja nur zum Zaubern. Also er muss es ja nicht ständig tragen, aber es sieht cool aus. Oh, hat er es. Aber warte mal, da könnte ich nämlich gleich... Sollen wir vielleicht mal da oben den Flugs loswerden? Hat jemand was dabei, was man schnell wieder abbauen kann? Naja, schnell. Schnell ist ja relativ. Hab ich eine Hacke? Ich hätte sogar eine Holzachst. Hallo, ich möchte fliegen. Nexener Schraubzwinge, das geht jetzt nicht mehr. Hallo? Zip. Jetzt... Ja, jetzt hock dich auch noch drin, ich hält. Was? Ja, neben Flux. Achso. So. Warte Karten. Schau her. Ah, da da. Flux Taint. What the fuck? Das ist noch vom Blitz. Aber das hast du nimmer. Achso. Sonst hättest du die Effekte noch. Es steht halt nur noch da. Was machst du denn da? Shift-Click auf den Amor-Stand. Ne. Dann zieht er ja alles aus. Ja, darum sollte nur da Zauberzeug hängen. Interessant. Das heißt, du legst jetzt praktisch nur das Zauberzeug rein. Immer wenn du zaubern gehen willst, dann machst du Shift-Click drauf und hast dann komplett Zauberzeug an. Zauberzeug! Das ist der Folterstab? Äh, nein, nimmer. Was wolltet ihr denn für einen Goal? Ihr wolltet doch einen Flash-Goal machen, oder? 31. Warte mal, 51,3 steht bei mir. Was steht bei dir? An Kosten? 50,22 und 48,6. Warum 48,6? Warum? Hä, warum hab ich R? Nee, R ist nochmal extra durch den Hanisch. Also nochmal weniger R. Du hast doppelt Discount auf R. 0,22 zu viel. Das kotzt mich jetzt an. Äh, warte mal, das ist sowieso meiner. Ja? Ja, das ist meiner. 0,22 zu viel. Lässt fallen, Karten, bing! Haben wir sonst noch irgendwas, was das erniedrigt war? 0,22. Ja, dumm, diesen, diesen Zauberstoff machen. Ja, den haben wir doch schon, aber... Müssten an dieses Traumaturgi-Roh bekommen, aber... Ich hab die einfach noch nicht. Weil die ist ohne I-Chur. Ja? Wo ist denn dieses Spellcloth? Spellbinding-Cloof? Nee, das andere ist Spellcloth. Spellcloth? Das gibt's doch nicht. Enchanted Fabric Runic Armour. Ja. Putz auf Travelling geben, aber auch nicht. Ah, shit. Kann man irgendwie mit den Runic Armour Upgrades irgendwas machen? Nee, das ging ja nicht, das wisst dazu abzuändern. Schon nicht so aus. Ach, das ist doch zum Kotzen. Irgendwie muss es ja gehen. Die Runic Boots of Traveller? Ah, ja, habe ich ja gerade geschaut, die gehen ja nicht. Irgendwie? Kann man da noch irgendwie anders? Wir stellen aber wie. Aber wie? Ich habe hier kein Rezept dafür. Thamatux Rope, 2%. Die würden ja schon reichen. Thamatux Leggings, 2%. Auch die würden reichen. Ja, da mache ich die ja auch einfach mal. Ach, die kannst du machen? Ja, klar. Natürlich. Mit dem Stoff werden die Rezepte so schon freigeschaltet. Ja. Was? Warum haben wir uns gerade dazu angestellt? Genau dieses Rezept dazu habe ich eigentlich gesagt. Deswegen habe ich erst die Boots gemacht. Also dann machst du jetzt die Hose. Ich brauche kurz Strings und ne Wolle. Mir fehlt ein Encharted Fabric. Holst du mir kurz? Wir haben Strings. Hier und Wolle. Vier Strings brauche ich. Achso, warte. Vier Strings. Dann musst du die erste Wolle machen. Da. Muss ich Wolle jetzt zerkleinern? Zerkleinern, okay. Ja, oh, halt. Ich kann... Hm? Du kannst... Warte, warte, warte. Wie? Könnte auch schnellste. Ja. Dankeschön. Ups, so ist alles Krami-Tüle der Hand. Ähm, von jedem eins. Nehmen wir Witz. Mein Ender-Crowley arbeitet gar nicht mehr weiter. Selbst als die Baumfarm arm war. Nicht mehr. Kann aber nicht sein, weil hier ist alles voll auf Output. Ends geändert? Nein. Generatoren und alles läuft. So, jetzt aber. Zellen sind voll. Ja, hier. Unter denen ist auch noch eine Zelle. Ah, mir fehlt Wasser und Ignis. Ich geh... Ich bin gleich wieder da. Eben. Ich hab da so eine schöne Aura in der Nähe. Ich hoffe, die ist wieder voll. Vielleicht hab ich die vorhin schon missbraucht. Auah! Blöde Biene! Oha, das Geräusch. Wo ist denn die andere Zelle hin? Die Güldener? Ist unter den Generatoren hier. Wieso kann ich nicht mehr fliegen? Nein, die Ladestation, das meine ich doch. Hier. Ja. Ähm. Leute, wieso kann ich nicht mehr fliegen? Dem Harnisch kannst du nicht fliegen wahrscheinlich. Wer ist das? Wirklich? Tatsache. Nur eine Vermutung, aber das sieht halt wirklich aus wie die Schraubzwege. Ich kann wirklich nicht mehr fliegen mit dem Ding. Okay. Also solltest du das Ding wirklich nur tragen, wenn du... Sauberst. Ja. Äh. Äh, ist das der Falsche? Wo sind die andere Aura? Halt, wie steht der... Das ist ja krass. Vor allem das Fliegen ist ja eigentlich durch, ähm... Transgenetics, oder nicht irgendwie durch Taumkopf oder so. Äh, den kannst du wieder haben für deine Baumfarben. Achso, Output sollte ich vielleicht noch einstellen. Ne, passt schon. Diese Schraubzwege. Ja, das ist nur eine kleine. Ey, 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 ey. Aber er macht weiter. So. Ich... Gleich gibt's dann Silberwoods Def. Oh Gott, ey. Die ist ruckzuck leer. Oh. Ja, dann passt ja auch nichts rein. Ich hab ein Silberwoods Def gemacht. Jetzt... Wie war das? Ich muss meinen Stab nochmal voll machen. Ja, okay, dann mach ich's so. Dann mach ich jetzt den Planter schon mal aus. Oh, mir fehlen ja nochmal Thaumium Caps. Och, Scheiße. Aber den Rest muss ich noch einmal laufen lassen. Wie gut passt denn da rein in das Ding? In dem Stab, den du jetzt gemacht hast? In dem Silberwood, ja. Gib mal kurz her. Ich lade den mal mit dem Terra draußen auf. Wenn da alles reingeht. Warte, warte, ich weiß noch mal... Okay. Ich wollte's noch erforschen. Kannst du ja gleich immer noch erforschen. Aber, aber, ich will... War gleich. Ah, ich hab die Schraubzwänge an. Scheiße, ich kann nicht fliegen. Ich glaube, da passt 100 rein. Nur ne Vermutung. Aber der ist jetzt zu 96... Füllt. Da passt sogar noch was rein. Passen 100 rein. Ach, warte. Ach, forschen. Genau, warte, warte. Boah. Das liegt bei mir auch. Süß. Ja, wird wahrscheinlich auf 100 hinauslaufen. Hast du die Baumfarm wieder angemacht? Ja, damit der abbaut. Ich soll's moven, also baue ich's ab. Aber nicht von Hand. Bin doch nicht wahnsinnig. Nun ja, also... Halt die Klappe. Solltest du mal erstmal vorher die anderen Zepplinge abreißen, oder? So. Da bin ich ja gerade dabei. Die Schraubzwänge. Schraubzwänge auf du. Boah, ich muss kurz in eine andere Welt. Welche nehme ich mir? Ich nehme den Etap. Das ist schöner, oder? Aber echt, ey. Aber echt, ey. Aber echt, ey. Gar nicht, was ihr alle für ein Problem habt. Lauter Locksions. Höh. Oh, ich das Holz in der Hand. Hättest du uns was anderes gefragt, hätte ich wirklich komisch geguckt. Hm. Höh. 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 Ich glaube, das würde wir noch mal Thaumium machen. Äh. Noch welches? Hab ich die schon gegeben, oder? Nein, ich hab noch welches. Äh, ich komm zurück. Ich hab da noch welches. Ja, ich brauch noch zwei Caps, damit ich... Ja, ich hab noch fünf Ingots, also... Aber hier lags. Es ist ja gleich vorbei, jetzt heul nicht rum, Mensch. Aber, aber. So, ich sollte die da auch mal rausholen. Hohls raus. Äh, was mach ich denn? Also mit den Ingots klappt das so nicht. Oder? Er wollte garantiert die Ingots verwenden. Wollte mal schauen, was dabei rauskommt. Du kannst mit dem Ingots ganz normal arbeiten, wie mit anderen Ingots auch. Du kannst eine Spitzhacke draus machen. Eine Schaufel, bla 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 bla. Ach, stimmt. Wendung. Äh, hab ich noch einen Stab mit entsprechender Ladung. Nein, das fehlt da. Da, der sollte noch... Ne, oder so. Ich brauch noch... Vielleicht ohnehin noch einen großen Stab bekomme, dann? Ich brauch noch Salus-Modus. Okay. Ich hab ein bisschen Essenz mitgebracht, oder? Ja. Wie viel im Salus? Pro Caps 3. Ja, ich muss es ja endet heißen. Oder wie das auch immer Chargen. 1, 2, 3. Okay. Das 3. Ach, ich hab's das ja nochmal zurück. Äh, was muss ich da nochmal? Zwölf Potentia, 6 Aura. Oh, fuck it. Wie viel Potentia haben wir noch? Ähm, was hab ich gesagt? 12 Potentia, also 24. Das reicht. Und Aura, hab 6, also 12. Wir haben nur eins. Lass dir schon mal drei Salus da. Ich hol mal ein paar Bohnen. Ja. Und die Bohnen werd ich dann mal hier anpflanzen, weil mittlerweile geht's. Ähm. Hallo, Andy. Oh, ciao, Andy. Oh, Moment. Ich kann den Tisch trotzdem benutzen. Warte mal, Moment. Bohnen? Ja. Wie das Böhnchen, dein Hühnchen? Ja schon. Ich glaub, ich hab hier noch gar keine Bohnen gesehen, oder? Magical Forest? Doch, 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 doch. So, äh, das passt. Aber noch nicht ausgeraumt, das weiß ich mir nie. Gibt's uns irgendwo Auraum drin? Ohne Flax. Ja, die Bohnen? Ich kann Thorium Caps verwenden. Wofür? Achso, um das zu bekommen, was du willst, ja. Lustigerweise muss ich, glaub ich, die Charge Thorium Caps verwenden. Also. Verauten wir mal für Auraum. Ich hab Bohnen, glaub ich, noch gar nicht erforscht. Nee, die kann man nicht erforschen. Okay. Das, was drin ist, wird zwar angezeigt, aber man kann sie nicht erforschen. Keine einzige Bohnen. Boah, krass. Wie wollte ich das sehen? Wie du siehst, findest keine Bohnen. Ja, ich hol sie zu uns in die Welt und dann verwende ich mal meine Gießkanne. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay. Du gießt die Bohnen, die am Bau... Okay. Ja. Wir brauchen ganz schnell ganz viele Bohnen. Aber wenn wir alle Bohnen aufbrauchen, haben wir gar keine mehr. Das ist richtig. Kann ich nicht gut heißen. Wie gut? Auraum. Was ist da drin? Wir sind Pferde. Auraum, Auraum, Auraum. Könnt ihr sonst noch irgendwo Auraum? Nee, ist es nicht, gell? Äh? Warum sauge ich nicht an der Aura? Warum sauge ich nicht an der Aura? Auraum. Hochwilet ist. Äh, Oakwood haben wir, oder? Ich glaube. Ich habe hier eine Aura mit 154 Tera. Warte, ich habe die, glaube ich, schon mal gesehen gehabt. Warte. Ja, nicht glauben, sondern, äh... Wissen. Ja, besser. Schaut mal nach. Oakwood, ähm... Moment mal, der ganze Wald wurde hier gerade abgeheuzen. Das war doch groß, der ist Oakwood. Ja, aber das wird ja auch instant verbrannt. Oakwood haben wir nicht. Wir haben nur Planks. Ja, das, äh... Ja, das, äh... Ich bringe noch ein paar Essenzen mit. Ich habe noch einen Baum gefunden mit drei Augen drin. Okay. Äh, Karten, kannst du drüben einmal Kühe züchten und welche umbringen? Züchten und umbringen? Ja. Du weißt, das ist brutal. Ja. Machst du viel Haltung? Hä, aber kein Weizen, wenn wir das hier machen. Ich habe gedacht, das geht wieder automatisch gemacht. Weizen, okay. Ich, äh... Wo le... Weizen. Ja, wahrscheinlich ist die Fütterstation leer. Aber sie war nie ganz voll. Ich warte einfach mal ab. Und, äh... Ja, wir könnten auch mal die Folge beenden und sehen uns das nächste Mal wieder. Ja. Wenn wir Cooie bezuschauen. Cooie, liebe Watch24. Jetzt, äh... Bitte Barry White einspielen. Ciao